Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Eternia. Wir befinden uns immer noch an der fast Bergspitze, würde ich mal behaupten, und sind immer noch auf der Suche nach Pharah, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben, wie sie zusammen mit Aras hier unterwegs war. When did you first meet your Celestian friend? You mean Maraday? Hmm, yes, her. Did you really run into Maraday purely by chance? Scheint sich ganz schön gut für sie zu interessieren, ne? Yeah, completely by chance. I mean, literally, she just dropped right out of the sky. It was wild, her flying ship blew up, and we couldn't even communicate with her at first. So, you believed her right from the start, even though you couldn't understand what she was saying? Why do you believe her? Hmm, I don't know why exactly. Do I have to have a reason to believe her? If you believe everyone indiscriminately, you'll get hurt someday, but ironically, you can't live without believing in someone. That's the paradox of believing in others, don't you think? Boah, das wäre echt ein mieser Plottwist, wenn sich das als Fehler herausstellen würde, ihr überhaupt Vertrauen entgegengebracht zu haben. What about you, Raz? Do you believe in someone? I believe in my mother. Oh, jetzt wird's persönlich. Your mother. She died when I was little, but... What was she like? Will you describe her to me? She was a wonderful person. Wie alt warst du denn, als sie verstorben ist? Excuse me, I'm talking nonsense. We should get going. Bei ihm bin ich echt gespannt, was wir von ihm noch so erfahren. Und das wird mit Sicherheit einen guten Grund haben, dass er da so genau nachhakt. Jetzt sind wir wieder mit der anderen Truppe unterwegs. Das sieht nach einer Kletterparty aus. Allerdings habe ich gerade keine Kisten gesehen. There are ropes here that somebody must have left. Too bad, we can't reach them. Es ist doch gar nicht, da links kommen wir ran. Quickie, will you go for us? Ich glaube, das war ein Ja. If Meredith says there, check the area. If Meredith says now, try to climb, okay? Und jump, wenn Meredith says go, okay, Quickie? Äh, steuern wir jetzt Quickie, oder was? Does Quickie really understand? I guess we have no choice but to rely on Quickie. Aber da links können wir doch hochklettern. Äh. Okay, der klettert ja automatisch. Ich dachte, ich muss erst mal auf go gehen. Was ist, warte mal. Oh nein, 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 nein. Dann, bitte einmal wieder nach links. So, was ist denn, wenn ich jetzt will, dass der da direkt wieder nach oben klettert? Dann muss ich... Now. Ah, okay, ah, hätte mich jetzt auch überrascht, wenn er da jetzt hochgekommen wäre. Go. Da kratzt er sich erst mal. Können wir mal machen. Äh. Okay, warum können wir nicht einfach da selber ranklettern, hochklettern, wie auch immer? Hä? Okay, warte mal. Also steuern kann ich den... Soweit ich weiß nicht. Ich checke jetzt nicht so ganz. Moment, warte mal. Vielleicht war hier die Laufrichtung schon die falsche, wenn ich jetzt sage... Rechts. Ah, hier kommt er auch hoch. Okay, alles klar. Hier geht es jetzt aber nicht weiter. Was habe ich denn sonst noch für Möglichkeiten? Äh. Äh. Ja. Ich mache einfach mal. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich checke, nach welchem Prinzip das hier verläuft, aber er klettert immer wieder nach oben, wenn ich sage, Now. Ich glaube, das hier wird mein liebster Befehl sein. Ja. Ich gucke einfach mal, wie weit ich komme mit meinem ganzen Now gedrücke. Was ist, wenn ich jetzt hier auf der gehe? Dann kratzt er sich wieder. Okay. Ähm. Warte mal. Aber der muss doch eigentlich jetzt irgendwie die Seile für uns runterschmeißen, oder? Damit wir da weiterklettern können. Ja, genau. Okay. Reicht das jetzt schon? Ich glaube, ich muss alle hier irgendwie... Nee. Ich finde diese Befehle hier irgendwie total irreführend. Äh. Das war jetzt, glaube ich, eher nicht die Route, die ich einschlagen wollte, aber... Warte mal, wenn ich jetzt... Nein! Nein! Okay. Das ist gerade hier ein bisschen random, was ich mache. Ich weiß. Aber eigentlich war ich da oben schon ganz gut dabei. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Okay. Warte mal. Ich will wieder nach oben. Da, wo ich gerade schon mal so gut wie richtig war. Äh. Nee. Hä? Okay. Ich bin verwirrt. Ich beschleunige das mal ein ganz kleines bisschen, weil ich habe nicht vor, jetzt hier die ganze Zeit... ...nur an dieser einen Stelle zu hängen. Moment. Ha. Okay. Hier musste ich den Befehl there einmal aussprechen. Jetzt fehlt mir, glaube ich, nur noch... Aber komm, jetzt komme ich auch hier wieder relativ problemlos nach oben. Warte mal. Hier auf der oberen rechten Seite gibt es noch eine weitere Rope. Okay. Ab hier geht er jetzt also zurück. Ich bleibe dabei. Also auch wenn ich das jetzt am Ende irgendwie hinbekomme, dass ich das super irritierend finde. So. Von hier aus komme ich mit der nicht weiter. Wenn ich jetzt auf Go gehe, dann springt er da rüber. Jetzt wieder zurück. Warum springt er nicht nach rechts weiter? So rein vom Abstand her müsste das ja eigentlich passen. So, mit Now geht er wieder hoch. Äh... Ja. Nein, vielleicht. Ich check das echt nicht. Warte mal. Now nach oben. Das haben wir gerade gelernt. Okay, das heißt, wenn ich auf diesem Ding stehe, dann komme ich von da aus jetzt gar nicht weiter, wenn ich das richtig verstehe. So, wie bringe ich ihn jetzt dazu, da wieder runter zu klettern? Muss ich jetzt einmal wieder die komplette... Hä? Ich check's nicht. Ja, jetzt habe ich's. Okay. Ich musste auf diesem letzten Plateau einmal auf There gehen und damit... Hat das irgendwie funktioniert, aber das war gerade mehr random als wirklich kalkuliert und mit Sinn und Verstand. Aber egal, hauptsache es hat am Ende funktioniert. So, jetzt können wir auch mal wieder eine Runde kämpfen. Ich weiß gar nicht mehr, was hier für Gegner so beim letzten Mal uns über den Weg gelaufen sind. Habe ich schon erwähnt, dass das hier eine neue Aufnahmesession ist, deswegen habe ich auch wieder den einen oder anderen obligatorischen Sprachfehler. Aber ich habe voll Bock. Ich finde die Stelle, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, die fand ich irgendwie interessant. Und gerade die Gespräche zwischen Pharah und Raz, die dürfen gerne noch ein bisschen weiter gehen. Weil Raz im Grunde genommen neben Kiel somit der mysteriöseste Charakter ist, den wir bisher kennengelernt haben. Okay, Meredith natürlich irgendwie auch, ne? Also gerade nach dem, was Raz jetzt hier zuletzt gesagt hatte. Ja, das waren die Gegner, die ich beim letzten Mal schon ganz cool fand. Beziehungsweise ganz angenehm fand, auch weil die mir im Gegensatz zu vielen anderen keine Problemchen bereitet haben. Aber trotzdem hoffe ich, dass wir Pharah jetzt bald wieder ins Team bekommen, weil wir haben zwar gerade gecampt, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir wieder einen Heiler vermissen werden. Ich glaube, das wird nicht so lange dauern. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, dass wir in einen Boss reinrennen und Pharah noch nicht im Team haben. Hier gibt es auf jeden Fall was. Live-Bottle. Äh, ist das schon wieder so ein Wink mit dem Zaunfall? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe meine Holy Bottle auch gar nicht mehr aktiv. Ich glaube, die sollte ich gleich wieder reinnehmen. Oh nein, ja, die waren unangenehm. Das könnte unbequem werden. Was mache ich denn? Ich glaube, es könnte die erste Stelle sein, wo ich eventuell nochmal neu laden muss, weil ich hier mich irgendwie verrenne. So, warte mal. Tja, jetzt muss ich wieder auf meine obligatorischen Items zurückgreifen, wenn ich Vergiftung heilen möchte. Wie hieß denn das Ding nochmal? Äh, das war auch so eine Bottle. Das hier war es nämlich, genau. So, einmal bitte Heilung für Kiel. Ich habe nur noch eine Holy Bottle. Äh, okay. Alles andere als die besten Voraussetzungen hier. Ich glaube, das Thema aus Kämpfen zu flüchten könnte hiermit jetzt auch wieder ganz interessant werden. There it is. I see the summit. Is Pharah there? Äh, she'd better be. Äh, meine Rede. Ich düste jetzt mal schnell hin. Oh, da können wir wieder speichern, Gott sei Dank. Also so ein Loading Spot Point, wie auch immer. There she is, Pharah. We found you, Pharah. I'm sorry for making you worry. We're back together again. Ja, Gott sei Dank. I'm glad you're okay. We thought you were a goner. Hm, same goes here. I had Raz with me, so I had nothing to worry about. So you're Raz. I'm Kiel. I'm a student at Minxia University. We're indebted to you for saving Pharah. Äh, no need to thank me. Das erste Mal, dass Kiel so ein bisschen emotionale, äh, beziehungsseitige Freuden aufzeigt. So, ich weiß gar nicht, wie ich das anders formulieren soll. Aber bisher haben wir Kiel so auch noch nicht erlebt. Hm, well, we must part with Raz now and continue forward. Shall we move on? Wo kommt denn auf einmal sein Esprit her? Let Raz help us. Raz has amazing febril. What lies ahead is our problem. Raz isn't involved in this. But Raz is involved now. That's okay, Pharah. Actually, I saw an interesting spot on the way up here. Let us part now. Hm, I'm sure we'll meet again someday, just like we did today. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass sich Raz nur für Meredith interessiert und deshalb immer wieder den Weg zu unserer Truppe sucht. I hope we do. Thank you for everything. Well, if you will excuse me, I'll be on my way. Hm. Na gut. We need the febril. Huh, this door won't open. Da rechts ist aber schon wieder so eine Steintafel, die sehr auffällig aussieht. Aber wir haben Pharah jetzt wieder. Ich kann mich wieder relativ problemlos heilen. Das ist gerade das Allerwichtigste. Wobei es meinen Leuten gerade ganz gut geht. Pharah hatte auch wieder volle TP. Ich glaube, die Ausgangslage ist eine gute. Show me the power of light and the path to the heavens will be opened. Ja, das Ding habe ich schon wieder total vergessen. The power of light. Gut, dass wir hier nochmal den Hinweis bekommen. Ich speicher trotzdem mal. Man weiß ja nie, ne? Außerdem, eventuell, wartet hier der nächste Boss auf uns. Warum kann ich gerade nicht schießen? Achso, warte mal, das war... Ja, Schultertasten waren es. Okay. Ich bin irgendwie noch auf dem X- bzw. Vierecktrichter gewesen. Stone Sanctum. I don't see any bridge around here. Ich auch nicht. Oh-oh. Bye-bye. Meridy's crema cage is glowing. Äh, mine too. It seems to be resonating. Meridy, come over here. Be careful, go. You bet. Meine Stimme verabschiedet sich gerade schon wieder. Both of you, be careful. There, that's good. Now, on the count of three, we place our hands on the stone monument. On the count... On the count of three, okay? You got it. Meridy got it. Meridy is not stupid. Hm. Well, here we go. One, two... Three. Uh-oh. Kier, Meridy, what's going on? Ah, Meridy meldet in the light. Don't worry. If that journal is correct, there should be... Er... Er weiß ja so scheinbar, was er tut. Wenn er darüber schon irgendwas gelesen hat. Ah, so sieht man sich wieder. Ram. You must be prepared to cross over to the other world. There is no returning from the bridge of light. Do you understand? Das heißt, wenn ich in dieser Welt irgendwas verpasst habe, dann habe ich ab jetzt offiziell verkackt, oder wie? Of course, we've made up our minds. Ram, please allow us to cross the bridge of light. Hm. Mm-hmm. This is it. This is the bridge of light. It's really just a light. That's right. If we go into the light, the path to Celestia will reveal itself. Ich bin so nervös. Ich freue mich irgendwie so. That's what it said in the research journal at Belir left. That Belir left so rum. The bridge of light. Yay. Meridy can go back to Celestia. Ah. Warum war das klar, dass er nochmal auftauchen würde? Hold it. I can't allow you to go any further. Bosskampf? Rass? What's wrong? Hoffentlich spricht er jetzt wenigstens mal Tacheles. Ich meine, vielleicht hat er ja gute Gründe, aber dann soll er die uns auch erzählen. What's the meaning of this? As an Imperial Knight, I cannot allow Celestia to have such power. Imperial Knight? My name is Rassius. I am the senior knight of the inferior empire. Rassius Luin. Ah, von Luin haben wir schon viel gehört, aber dass der das ist, da gab's, glaube ich, bisher keinen Hint, oder? You're not serious. I thought you seemed suspicious, but I never would have guessed you to be that renowned senior knight. You're just as famous as I am. The traitor kills a bell. Na, jetzt tun sich ja Abgründer auf. A traitor kill just... What did you do at the observatory? He burnt Belir's research journal on the Bridge of Light, but the information is all right there in his head. Hmm, kill. Is that why you stayed behind at the observatory? So, you've been tailing us all along, haven't you, Rass? That may be the way it turned out, but that's not exactly right. This is das Compass Key. I was simply being guided by the Seyfert Key, entrusted to me by the king. I've read somewhere that since the founding of the Empire, a Compass Key was kept at the castle as an imperial treasure. Exactly this key, which has always remained silent, started to point to a particular location a few months ago. Under the king's orders, I've been investigating what the Seyfert Key was trying to tell us. And during my investigation, I ran into you again and again. Is this merely a coincidence? Dieser Key, der reagiert bestimmt auf Meridi. What are you trying to say? What you are doing is a threat to the peace of the Empire. The Seyfert Key has been trying to warn us of that. That is the obvious conclusion. But listen, Rass. The reason we're going to Celestia is to stop the Grand Fall. This is also to protect Inferia. You've got to believe us. I believe in the word of the king, not you, Commonus. I'm sorry. It has to be like this, Rass. But if you're not going move out of our way, we'll make you move. Wow, wow, wow. Farah, das sind ja mal stringente Worte. Face me. Ach, Tatsache. Okay. Also, nachdem wir jetzt wissen, wer er eigentlich ist, überrascht das auch wenig, ne? Dass er gewillt ist, das jetzt hier mit allen Mitteln zu verteidigen. Ich hoffe trotzdem, dass wir ihn irgendwie überzeugen können, sich uns anzuschließen. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Ich hab das Gefühl, dass meine ganzen Technik hier eher wenig Schaden austeilen. Äh, jetzt geht das schon wieder los. Moment. Lemonchair hab ich auch noch ein bisschen. Ich muss unbedingt ein bisschen mehr einkaufen gehen. Warte mal. Orange Pine. Das ist für Teepee. Oh, ich hätte gern so viel mehr von diesem Lemongel. Ich werde aber erst mal... Oh, nee, warte mal. Ich werde mal einen jetzt hier verbraten für Marity. Und das kam zu spät. Holy shit. Okay, das hat er mir jetzt aber nicht abgenommen, oder? Nee, hat er nicht. Gott sei Dank. So, okay. Können wir jetzt bitte... Ich wollte gerade in den Verteidigungsmodus gehen und den Mädels den Rücken hier ein bisschen stärken. Aber scheinbar ist das Kind jetzt hier schon in den Brunnen gefallen. Okay, äh, Farrah, kannst du vielleicht ein bisschen hier die Leute aufpäppeln, dass er mega entgegenkommt und hilfreich? Okay, ich krieg den hier leider nicht mehr weggepult von... von dem Rest meiner Mannschaft. Boah, nee, ich glaube, ich darf das gleich noch mal machen. Wow, what the fuck? Ich bin schockiert. Bitte was? Ich habe mich vorhin an das andere Ding gestellt. Willst du mich verarschen? Gut, dass ich gespeichert habe. Ich lade das Ding jetzt mal nochmal. So, nächster Versuch. Ich durfte jetzt die ganzen Dialoge wieder wegdrücken. So, ich bin jetzt am überlegen, was ich jetzt anders machen soll. Also diese ich renne mal in den Gegner rein und kloppe auf den einen Variante, die scheint ja nicht so wirklich zu funktionieren. Was ich noch nie ausprobiert habe, ist, ob ich hierüber einfach mal manuell Befehle aussprechen kann und das scheint möglich zu sein. Aber Ephrath kann ich jetzt hier nicht beschwören. Ah gut, vielleicht muss er auch erstmal auf Max kommen und dann dadurch zur Verfügung stehen. Hm. Ich bin mir echt nicht sicher, ne? Aber ich habe das Gefühl, ich muss den irgendwie vom Rest der Truppe weghalten. So, warte mal, vielleicht kann ich auch noch das ein oder andere Item einsetzen, was mir temporären Schutz zumindest verleiht. Das habe ich ja bisher auch immer ganz gerne ignoriert. Hm. Wow, reduces defense. Ne, ne, die Flairbottle, die ist mir hier zu heikel. Was haben wir hier sonst noch? Hier könnte ich, das hier ist auch ganz interessant, wobei ich meine, but reduces attack, nö, das hat alles irgendwie immer auch so eine Kehrseite. Ich versuche jetzt einmal hier mit zu arbeiten. Was soll mir das sagen? Man sieht seine Energie auf jeden Fall und das auch relativ schnell. Ich dachte, das wäre so, wie man das aus den Final Fantasies oder so kennt, dass der erstmal eine Weile zaubern muss, aber es ist ja streng genommen auch kein Zauber, von daher passt das. Aber der Zauber, den ich gerade mit Meredith eingesetzt habe, der war, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? So, warte, ich muss jetzt erstmal hier vermeiden, dass wir wieder, dass wir hier wieder komplett zurückfallen mit unserer Energie. Alter Vater, der hat aber auch Angriffe. Wie soll man sich denn davor schützen? Vor seinen AOE-Angriffen. Da kann ich ja mein Schild noch so hoch halten. Meine Güte. Ähm. Okay, warte mal, lass mich noch mal kurz hier gucken. Farrah. Ähm. Warte mal, hier wollte ich hin. Cover me, spread, wo ist denn hier? Äh, kann ich hier nicht einstellen, dass er nur, dass sie nur heilen soll? Target the enemies in your player character. Äh, prevent magic attack. Ich will, dass sie nur heilt. Hm. cover me, würde ich jetzt sagen. Aber das, das Ding ist, ich weiß nicht, ob sie sich dann nicht als Schutzschild vor mich stellt und, äh, dann den ganzen Schaden frisst und damit ist mir auch nicht geholfen. Irgendwie sind die Befehle hier für mich sehr undurchsichtig. So, ich gehe jetzt mal auf Lifebottle und nehme das jetzt mal selber in die Hand in der Hoffnung. Okay, nee, also seine Flächenangriffe, die sind hier echt der Genickbruch überhaupt. Aber kann es sein, dass wenn ich nah an ihm dran stehe, dass er die gar nicht bringt? Ey, ist das hier, ist das hier schwierig, du? Hätte ich nicht für möglich gehalten. Zumal ich ja hier bisher auch keinem Kampf irgendwie aus dem Weg gegangen bin, ne? Also wenn ich das jetzt hier nicht irgendwie hinbekommen sollte, dann werde ich eventuell nochmal über eine kleine Grindingrunde nachdenken müssen, weil ich sehe hier gerade kein Licht am Ende des Tunnels, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, ich hole mal Meridy wieder zurück und dann kann sie nochmal, da werde ich mich jetzt mal ein bisschen versuchen darauf zu konzentrieren, wie viel Schaden das eigentlich austeilt. Gucke ich nämlich mal, wie viel bei rumkommt und ob das irgendwie nützlich ist. Ich hoffe, den Befehl hat er sich jetzt noch gespeichert. Ich werde jetzt hier die Lifebottle nochmal einsetzen. So, und den jetzt irgendwie ablenken, irgendwie weghalten. Kam jetzt Eruption schon? Hab das schon wieder nicht mitbekommen hier. Oh, jetzt stehen wir denkbar ungünstig. Das wird uns jetzt hier schon wieder ins nächste Grab befördern. Mir geht's aber gesundheitlich gerade so gut, aber der scheint trotzdem die ganze Zeit auf meine Mitstreiter hier abzusehen. Warte mal, das Einzige, was ich machen könnte, wäre den Schutz für Farrah zu erhöhen, weil wenn bei ihr der Angriff runtergeht, dann passt das. Aber ich bin immer noch dabei, dass der keine Zustandsveränderungen macht. So, jetzt haben wir gerade ein bisschen Luft. Warum nutzen das meine Mitstreiter nicht aus, um dem ein bisschen Damage mitzugeben? Oder ich bekomme das im Eifer des Gefechts gar nicht mit. Farrah fehlt uns. Ja, genau, auf sowas habe ich gewartet, so ein paar Beschwörungen, die hier ein bisschen Action machen. Ich mache einfach unfassbar wenig Schaden. Das ist das größte Problem, was ich hier gerade habe. Meine Lemonjels sind auch gleich aufgebraucht, aber ich muss die jetzt einsetzen, weil kleinere... Hallo, ich habe ein Gel genommen, warum hat der das nicht gemacht? Oder ist das noch unterwegs? Es war noch unterwegs. Wow, unfassbar zeitverzögert. So, jetzt ist mir der nächste hier abgenippelt. Warte mal. So, können wir uns jetzt alle mal irgendwie so aufraffen, dass wir mehr als 10 Sekunden überleben? Das wäre voll nett und auch irgendwie hilfreich. Ich habe schon das Gefühl, dass wir unser Abenteuer alle fortsetzen wollen, oder nicht? So, und jetzt bitte volle Möhre rauf. Ich habe keine Lemonjels mehr. Jetzt macht sie von sich aus Eruption, das ist gut. So, hier kommt bei rum. Boah, unfassbar wenig, oder? Das sah gerade noch voll wenig aus. Ich weiß nicht, wie ich dem viel Schaden machen soll. So, Kiel. Spread, der kann auch heilen. So, warte mal, ich werde jetzt einmal nochmal Spread versuchen. Kann ich nicht irgendwie beschleunigen, dass meine Kremels schneller einsatzbereit sind? so, warte mal, ich will nochmal ganz kurz hier bei der Strategie gucken. Ach, guck mal, der ist noch im Attack-Modus. Ich lasse ihn mal machen, wie er will, in der Hoffnung, dass er dann vielleicht auch öfter mal heilt und Farrah dabei unterstützt. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen zu spät, aber egal. So, und apropos zu spät, bevor es hier jetzt gleich zu spät ist, schmeiße ich mal jetzt schon mit einem Apple-Gel um mich auf Marody, genau. So, Kiel, äh, Dings hat, glaube ich, gerade, Kiel hat Heel gezaubert, ne? Ich habe ihn das gerade kurz aussprechen hören. So, guck mal, jetzt haben wir den, ich würde gerne die Spectacles gerne einsetzen, um zu gucken, wie viel Energie der hat auf der anderen Seite. Shit, ist das am Ende auch nicht so entscheidend. Ich muss einfach gucken, dass der nicht zu seinen ganz ekligen Angriffen ansetzt. So, warte mal, hier kommt Melange, gehe gerade ganz gut. Was? Irgendjemand? Ah, das war's. Boah, Gott sei Dank. Irgendjemand war gerade auf Maximum, ich habe es gesehen. Das geht mir auch immer zu schnell weg, ich habe gerade nicht gesehen, was wir bekommen haben. This is not good, his reinforcements are coming this way. Everyone, go, hurry, hurry. cross the bridge of light. Are you serious? I'm not ready. Raz hat den wahrscheinlich verwirrt, ne? There they are, get them! Oh man. Come on, Farrah. Farrah hat wahrscheinlich Mitleid mit Raz. Okay, let's go. Hm. Nicht, dass der Raz oh, am Ende sogar recht hatte. und wir uns jetzt hier wirklich in was verrennen, was am Ende der Welt schaden wird, aber ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Wir sind endlich hier. Das ist Celestia. Well, Celestia. Meridie, born here, grow up here. And that's Inferia above. Makes me dizzy. From Celestia, it's Inferia that is the upside down world. Wow. The colors of the sky and the sea are both different from Inferia. The sun is dark and there's no wind. But the greatest difference is the air. The air feels different from that of Inferia. Just like the Kremel Scholar, you are correct. That's it. The Kremels are different. Are the Kremels that reside in Inferia and Celestia different? You bet! Correct! Meridie! You really are a... A Celestian. What? I've said that so many times. You did not believe. How could I believe it until I... How could I believe it until I... I stood on the very ground. Hey, are we going to spend the rest of our lives here? Reed? I can't believe you. We've come all the way to Celestia and that's all you can say? Why did we come here? I... Oh, it's nothing. It's just that... We've come so far. Tired bodies must rest. Let's go to the town of Ayman. All will be welcomed. Ayman. The place where Meridie grew up. A nice place. Even if it's your hometown. We are in Furians. Will we be okay? Not matter. No worries. Well, staying put isn't going to help us any. Let's go. Weeel! Andin bun koi! Are you okay? Huh? What? I'm okay. This is only the beginning. It's no time to be down. Dein Wort in Gottes Gehörgang, Farah. Jetzt sind wir also endlich hier. Wow. Ich find die Musik im Hintergrund wunderschön. Und ich dachte aber wirklich, dass wir am Ende über eine Art Lichtbrücke laufen würden. Aber das in Form der Cutscene sah auch ganz hübsch aus. So, warte mal. Wo ist denn jetzt der richtige Weg? Hier runter oder da rein? Ich guck mal eben kurz hier. Ah, okay. Aha. Found me lunch. Yeah, ich muss unbedingt Zeug einkaufen. Meine Leute sind auch ziemlich angeschlagen. Ich bleib dabei. Ich fand den Boss unfassbar schwer. Aber warte mal, wenn es hier keinen Wind gibt. Das ist das, was ich mich vorhin gefragt habe. Können wir dann überhaupt auf Sylph zurückgreifen? Also es ist auf jeden Fall hier noch angeführt. Hm. Werden wir sehen. Und was ich mich auch frage, ist ob wir... Ah, wir können resten. Okay. Einfach mal so in so ein fremdes, heruntergekommenes Bett reinlegen. Kann man mal machen. Immerhin ist es hier ruhig. Und scheinbar auch friedlich. Äh... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, ob wir hier die Sprache sprechen können von denen. Eigentlich müsste Meredy ja jetzt Dolmetscher spielen, oder? Oder können wir mit dem, was wir inzwischen an Items haben, das auch irgendwie übersetzen? Warte, eine Sache wollte ich auch noch gucken. Und zwar hier. Bei den newest Sachen. Leather Cape haben wir, glaube ich, bekommen aus dem Kampf. Und Heal Bracelet. Defeat an Enemy to recover. Das hier finde ich nice. Warte mal, so ein Heal Bracelet, ich glaube... Also muss derjenige, der das trägt, dann den Gegner auch umgenietet haben? Oder ist das egal? Wer aus dem Team das macht? Ich würde das am ehesten noch hier rüber austauschen wollen. Ich probiere das einfach mal. Wir können ja mal, wenn ich es nicht vergesse, bei Meredy schauen, wie sich das entwickelt. Oh mein Gott! Es sieht aber nicht so schön aus wie bei uns. Aber irgendwie habe ich mir das auch so ähnlich vorgestellt. Ich speichere mal nochmal. Die Musik wirkt irgendwie so ein bisschen... So ein bisschen, äh... Duselig, kann man das so sagen? Mir fehlt irgendwie die... Mir fehlt irgendwie das richtige Wort dafür. Aber das sieht interessant aus von außen. City of Kreml, Aymen. Oh, wow! Wow! Das ist ja faszinierend. Ich finde das voll schön. This is Aymen. This is Meredys hometown. Meredy introduce everyone. Wait here, Meredy, go get! Das ist ja cool. Das sieht auf jeden Fall schöner aus als die Karte draußen. Oder die, äh, ähm... Die Outside World, das vermuten ist, sage ich mal. Die Overworld. Overworld, wollte ich sagen. So this is where Celestians live. Aber hier wird es ja mehrere Städte geben, oder? Die wohnen ja nicht alle hier. Ah! Oh! Listen, Meredy, introduce them! Ja, und dann hau mal raus. Wir sind ganz ohr. You're all in fearions. Ach guck mal, der spricht unsere Sprache. Cool! We can understand them. The Oz Earring really works well. Oz Earring war das Item, genau, was die Übersetzungsarbeit leistet. Es scheint zu klappen. Ich freue mich. Oh-oh. Alles gut. Richten die grad Waffen auf uns? Wow! Was passiert hier? I'm Sakura, I make things like this at my weapon workshop. Pretty nice, don't you think? Ach so, okay. Okay, das ist echt ne witzige Szene. Äh... I'm in charge of making explosives. Hamilt, I'm currently in training, so I mostly deal with customers. They always take good care of Meredy. What's wrong? Die haben das, glaub ich, grad ein bisschen missinterpretiert. Y-you make weapons. Hmm... This is the first time I've seen anything like this. What kind of weapon is it? So rum. What kind? It's just to claim a weapon. You mean to tell me that you don't have them in Inferia? Kiel hat ja von Anfang an angezweifelt, dass das, was Meredy immer gesagt hat, dass das stimmt, ne? Dass sie viel weiter in der Entwicklung ihrer Waffen und ihrer Technologie sind und alles drum und dran. A weapon that utilizes Kreml's. In Inferia, we barely started research on such things. I can't believe how advanced Celestian Technology is. Technology, you say? Don't know about no techno mumbo jumbo. But all I know is that I've been cranking these out for almost 30 years. Hmm... Anyway, come to Meredy's house. We talk there. Oh, you have to tell me more about it later. Sure thing, come visit my weapon shop anytime. It's right in front of the town's water tower. You can't miss it. You can't miss it. You can't miss it. Schubst du uns ja einfach voll weg? Hmm... Tja, Kiel, da guckst du nicht schlecht, ne? There's no one else here. What about your family? Family? You mean Meredy's birth parents? Celestians live on their own once they are 10 years old. Uh... So, Meredy, you lived here all by yourself? Yes, once Meredy was alone and once Meredy was with another. Hmm... Kiel, that's a private matter. It's none of our business. Oh, I, um... True. Naja, unter Freunden kann man das schon mal fragen, aber ich find Meredy und Kiel sind sich jetzt auch nicht so nah. There are many beds here. There are... They are a bit lumpy, but make yourselves at home. Thanks, Meredy. There's still some daylight left. I want to go see the city. Can you show me around? You bet! This is where Meredy grew up. Meredy wants everyone to see. Oh, um... Is it okay if I stay here and rest? I'm sort of tired. Hmm... You bet! Okay, then, Kiel, Reed, follow Meredy. Interessant. Teilen uns jetzt also auf. Hey, Pharah, have a nice rest, okay? I will, have a good time. Hoffentlich passiert hier keinem was. Wir werden mit der Stadterkundung... Nein, aber erst beim nächsten Mal loslegen. Are you going back already? Meredy want to see... so much more. Want you to see so much more. Na gut, dann speicher ich halt hier. Kann mir vorstellen, dass ich am Ende dann wieder ein bisschen was... nachlaufen muss, aber... Ich hab ja hier auf der... Karte in Celestia, hab ich ja gespeichert. Insofern, klare Marschroute fürs nächste... Fürs... Ich kann heute nicht reden, Leute. Fürs nächste Mal. So rum. Wir werden uns beim nächsten Mal hier in der Heimatstadt von Meredy genauer umschauen. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao! Ciao! reserved. mit Bis zum nächsten Mal.